Auf der Neurochthiologischen und Neurotraumatologischen Frühreherstation im Clemens Hospital Münster versorgen wir Patienten in der Phase B ihres Genesungsprozesses direkt im Anschluss an die Intensivtherapie. Wir suchen für diese anspruchsvolle Pflege examiniertes Pflegepersonal, um die Patienten über ihre Wochen und Monate hier zu versorgen. Man kann die wirklich auf dem Weg begleiten, wieder mehr in die Zukunft blicken zu können. Viele Patienten, die zu uns kommen, können zu Beginn noch nicht mal alleine bewegen und fangen ganz langsam an, wieder einzelne Sachen zu erlernen, neu zu erlernen durch unsere Mithilfe. Kleine Entwicklungsfortschritte werden hier groß gefeiert. Eine differenzierte Krankenbeobachtung auch durchführen, was dem Team dann zugute kommt. Drei bis vier Patienten pro Schicht. Man hat eine enge Einarbeitung, in der man auch nicht alleine gelassen wird, sondern in die Hand genommen wird, um das erst mal kennenzulernen. Oft zu zweit beim Patienten sind schon sehr schön. Wie du siehst, arbeiten wir alle sehr eng zusammen und wenn Teamarbeit genau dein Ding ist, dann bewirb dich bei uns und verstärke unser Team.